Diese Freie Republik Wendland war ja wirklich wie ein kleines, kleiner Staat oder ein kleines Gemeinwesen ohne Obrigkeit. Absolut basisdemokratisch und die Menschen haben sich, vielleicht ist das bei Deutschen einfach so, ich fällt mir gerade so ein, dass die sofort sich strukturieren, dass sie sich in Arbeitsgruppen und in Kinder und Alte und die Sani-Gruppe und, naja, und ich halt zu dem künstlerischen Programm sortiert, wobei das eigentlich nicht so, also da war nicht so viel Bedarf nach, muss ich mal sagen. Wir hatten zwar eine Arbeitsgruppe und haben immer wunderbare Arbeitsfrühstücke gemacht, aber es war wirklich nicht so ein rasender Bedarf nach, aber natürlich war das so meine Sortierungsecke. 1004 wurde einen Monat später geräumt. Geräumt, ja. Und die heftigste Räumung, die die Bundesrepublik bis dato erlebt hat mit Pferden und Hubschrauberstaffeln. Sie waren auch anwesend? Nein, ich war nicht anwesend. Ich habe da gelitten drunter, dass ich nicht anwesend sein konnte. Ich musste mit meiner Mutter verreisen.